Was ist das? Shit, das ist der Typ! Was? Fuck, ich hab gedacht, ich hab ihm abgesagt. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, sag ihm einfach irgendwas. Ich sag ihm, er soll weggehen. Nee, das ist doch blöd. Lass ihn rein, wir laden ihn aufm Tier ein oder so. Hi. Hey. Bitte komm rein. Hey. Hey. Kann ich dir irgendwas anbieten? Wasser? Tee? Schnaps? Wasser. Cooler Kamera. Danke. Ich fotografier gern. Was fotografierst du? Sexy Männer. Danke. So. 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 wäre ja nur Notschunzhilfe. Nicht nütz. Weißt du was? Ich kann hier ein gutes Wort bei meinen Eltern einlegen. Die haben ein Hotel, vielleicht lässt sich da was drehen. Wirklich? Fragen kostet ja nichts. Oh, du bist dein Schatz. Danke. Oh, sorry, du hast mich zu dir mitgenommen. Da dachte ich. Wir sind nicht auf die Art offen. Zumindest ich weiß nicht, glaube ich. Denke ich das? Du denkst? Keine Ahnung, ich... Ich bin halt schlecht im Kommunizieren und... Ich liebe ihn wirklich. Ich verstehe. Na gut. Sag Bescheid, wenn du es rausgefunden hast. Nein, Lukas, warte! Ich liebe ihn. traveling. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Hallo, ich liebe ihn! Warte. Ich liebe ihn. Miros.